Auf jeden Fall waren die Tage halt sehr, sehr viel, die waren auch noch mal sehr emotional und auch gestern sind wir natürlich durch die Wiedersehensshow auf Menschen getroffen, die emotional bei uns halt ganz viel vor sechs Monaten angerichtet haben und das mussten wir dann auch erst mal sacken lassen und waren dann wirklich happy, als es einfach gestern alles durch war und wir uns dann mit den richtigen Gestern nochmal zusammen am Tisch gesetzt haben, das Ganze nochmal für uns abgeschlossen haben, das Thema Sommerhaus und auch heute früh nochmal mit Pia und Ziko und Justine und Abend was essen waren. Leider waren Tim und Carina nicht dabei, aber ja, es war wirklich irgendwie total schön und ich blicke auf die Zeit sehr glücklich irgendwie zurück tatsächlich, einfach weil das Learning so krass war und weil ich trotz all dem so dankbar bin, dass ich so tolle Menschen kennengelernt habe, weil das ist auch einfach sehr selten geworden. Ja und jetzt geht es eigentlich wieder weiter mit dem Alltag. Ich habe jetzt die Woche noch zwei Shootings, die anstehen. Morgen habe ich eins und am Samstag. Ja, dann die letzten Erledigungen auch nochmal machen. Für uns geht es dann ja bald auch schon los in den Urlaub.